Am 19. Juni startete in Hamburg die 26. Ausgabe der International Supercomputing Conference, kurz ISC. 2300 IT-Experten aus der ganzen Welt werden im Hamburger Kongresszentrum erwartet. Angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Cloud ist die Welt des High-Performance- Computings im Wandel. Die zentrale Frage nach hohen Rechenleistungen hat sich nicht verändert. Was sich aber geändert hat, sind die Antworten. Die Cloud hat in der HPC-Welt einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Mit neuen Features von Windows HPC Server 2008 ermöglicht es die Firma Microsoft Rechenprozesse intelligent zu verteilen. Eine Cloud-Lösung, in der Rechenleistungen dynamisch abgerufen werden können, bietet Windows Azure. Viele Industriebetriebe, die heute HPC einsetzen, haben einen immensen Kostendruck. Open Source Software ist hier ein wesentlicher Faktor, um diesem Kostendruck zu entgegnen. Gerade in diesem Bereich ist Interoperability zwischen Betriebssystemen, die diese Software bedienen müssen, ein wesentlicher Bestandteil des Offerings. Offenheit und das Bilden heterogener Landschaften sind wichtige Bestandteile des Hochleistungsrechnens im Cloud-Zeitalter. Microsoft und Novel haben eine enge Forschungspartnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut. Unter anderem wurde die Windows-Linux-Interoperabilität untersucht. Die Ergebnisse werden in Hamburg vorgestellt. In diesem Moment, Fraunhofer-Institut von Scientific Computing hat auch eine White-Paper, which talks about how they have moved their HPC simulation models to a mix of Microsoft and Linux cluster. This is a fascinating proof of concept that they've done, which shows how competitors often can work together to produce such a great solution that can run their entire HPC simulation. Zum dritten Mal in Folge findet die ISC in Hamburg statt. Die Teilnehmerzahl ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Auch dieses Jahr gibt es auf einer der wichtigsten High-Performance-Computing-Konferenzen wieder Workshops und neue Produkte zu erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017